Hallo, hier ist Martin von Manemang, hier ist das die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 27. Dezember 2023. Wir haben Feiertage hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet ein paar ruhige Tage. Ich würde jetzt an sich trotzdem eine Analyse machen, auch wenn wir es uns eigentlich klemmen können. Erfahrungsgemäß sind die Tage zwischen den Feiertagen, was Signallage angeht, meist recht mau. Das soll nicht heißen, dass der Markt sich nicht bewegen kann. Wir haben schon öfter mal deutlich prägnantere Bewegungen auch drin gehabt. Allerdings ist die Berechenbarkeit dieser Bewegung um die Tage mit so geringem Volumen dann doch eine andere Sache halt. Da muss man schon ein bisschen gröber rangehen, würde ich einfach sagen. Und nicht jetzt unbedingt davon ausgehen, dass jetzt die gleichen Setups, die gleichen Herangehensweisen, wie man sie die letzten Tage, Wochen in einer umsatzstarken Phase zum Beispiel auch anwenden konnte, dass das jetzt funktioniert. Also jetzt mal als plastisches Beispiel. Jemand handelt gerne eine Hanging Man. Das klappt sonst immer super gut. Jetzt kommt am 27., 28., 12. Okmose ein Hanging Man. Kann sein, dass überhaupt nicht angenommen wird vom Markt. Also einfach so in die Richtung bisschen aufpassen, bisschen breiter denken, bisschen mehr Luft lassen. Und vielleicht auch versuchen, so ein bisschen umgekehrte Logik zu denken. Also wo würden die Leute jetzt ihre Stop-Loss hinlegen, wenn sie normal agieren würden? Und häufig kommt man damit ganz gut über die Feiertage, weil der Markt hat dann einfach diese Töpfchen abholt. Wir haben jetzt zum Dienstag bereits mit den Amerikanern gehandelt. Das sieht man jetzt hier nicht. Ich würde jetzt hier einfach mal irgendeinen von Tradingview hier mit einbinden, indem man den Handel auch sieht, der über die CFDs hier mit abgebildet wurde am Dienstag. Die ja parallel dann immer mitlaufen, wenn die Amerikaner auch wieder handeln. Und da sieht man, dass der Markt schon mal an der 800 herangeschnüffelt hat. Das heißt, es wäre schon zu erwarten, dass wir per Aufwärtsgap reinkommen. Heißt aber auch, wir haben dann eine Gap-Kante zur 27., die von oben bedient werden könnte, wenn der Markt doch ein bisschen schwächer rein startet. Könnte zum Beispiel so sein, dass er 800 reinkommt, 820 reinkommt, sich abdreht auf die 7, 10, 27, vielleicht sogar einen Tacken tiefer noch aufsetzt und dann aber von dort wieder hochdreht, wieder an die Tageseröffnung zurückgeht und dann ist das der komplette, äh, nicht Montag, was haben wir, äh, Mittwoch dann, ja. Also sowas würde jetzt hier ganz gut reinpassen. Äh, beachtet einfach die, die Schlusskurse vom Freitag mit, ähm, habt die ein bisschen mit auf dem Radar. Ansonsten bleibt die 820 wichtig, ja. Und, ähm, überhalb von 820 haben wir natürlich auch Platz oben. Ja, das muss gesagt werden. Die Oberkante war hier bei 17.000, 16.960. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir da hingehen, ja, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, hier 820, 860 irgendwie mal nochmal drin rumzustechen und dann vielleicht sogar schon wieder nach unten zu fallen halt, ne. Also, das, ich würde fast denken, dass wir in dem, in der Spanne so irgendwie zwischen 860 und 720 zum, ähm, Mittwoch handeln. Vielleicht sogar nur 820, aber ich glaube, dafür ist es am Dienstag schon zu hoch gekommen. Naja, und, ähm, ich würde mal so sagen, 860 bis 720. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten erwartet, wie gesagt, nicht zu viel. Es ist zwischen den Feiertagen, ja, die meisten Büros sind geschlossen, ja, die meisten institutionellen Anleger handeln nicht. Na, demzufolge ist das Volumen einfach dünn und, ähm, ja, aber dort hat man nicht zu viel halt, ne. Das wird uns, wird sich auch, erfahrungsgemäß so erst wieder ab 4., 1., 5., 1., ich weiß nicht, wie die Wochentage dieses Jahr fallen. Ich kann ja mal kurz reingucken. Wäre dann tatsächlich der 8.1., ab dem es dann wieder richtig gut losgehen sollte, ja. Ja, die erste Woche wird ich da vielleicht auch noch ein bisschen ausklammern mit dem 3., 4., 5., ja, aber so ab 8. wird man dann wieder voll ansetzen können und bis dahin einfach ein bisschen Piano machen, ja. Ja, und wie gesagt, hier jetzt mal ein Plan, 8,20 bis 8,60 und die 7,20, 7,100 von oben kommen. Und vielleicht ist man dann damit zum Mittwoch schon mal ganz gut aufgehoben. Ja, ansonsten wünsche ich euch ansonsten noch ruhige Tage für diejenigen, die nicht arbeiten müssen. Macht euch eine ruhige Google, stresst euch hier nicht mit der Börse, ja, wenn der Markt nichts hergeben will, dann erzwingt da auch nichts. Und, äh, ja, bis morgen. Tschüss.